hallo liebe community ich fahre wieder einkaufen erstmal triple piece ja leute quatsch nicht weil das sagt nicht als ungesunde das ist für mich scheiße ich kann man jetzt nur einmal als erstes hier so ein flaumenteil hier als nächstes die weißen schokobonks sind wieder am start als nächstes zweimal die oreo wald das ist mir egal was ihr darüber denkt ich kann euch denken dass ich eine fette sau bin bencht so auch aber mir ist es egal was sie so denken sagt so ungesund und hier so ein so ein tic tic tuc und hier einmal vollkorn bisschen was gesundes stapel chips kann man sich gut hinter schaufeln noch so eine schokolade tuc nochmal ne stapel chips energy booster da darf nicht viel kann man sich gut hinterschaufeln die scheiße hier auch booster und zu guter schluss ich hab noch zwei sachen wein stefan kakao und hier noch mal leibnitz das original mit voll mit schokolade ja leute quatsch mit schrumpf sagt nicht dass es fett macht das war selber aber dann ist mir scheißegal was ihr davon haltet das ist meine sache vielen dank leute lassen wir dann kommt da unten like ciao